Heute stelle ich die vier wichtigsten Funktionen von Affinity Designer 2.1 vor. Hier bei der ersten Funktion habe ich eine gestrichelte Linie und hier am Rand sehen wir, dass die Ecke unsauber aussieht. Um das zu ändern, markiere ich die Kontur, gehe dann hier rechts auf Kontur und klicke dann hier auf Ausgleichen und dann sehen wir, wird die Ecke ausgeglichen. Dann als zweite Funktion gibt es hier links das Füllworkzeug für Vektoren. Hierzu einfach eure Formen markieren, dann auf das Workzeug gehen, die Farbe ändern und dann könnt ihr euren Bereich auswählen und mit Farbe ausfüllen. Wir sehen jetzt auch hier rechts, dass zwei neue Ebenen erstellt worden sind und wenn ich das auseinander schiebe, dann sehen wir jetzt welche Formen erzeugt worden sind. Man kann das Vektor Füllworkzeug allerdings auch noch anders benutzen. Dazu habe ich jetzt hier vier einzelne Linien und wenn ich jetzt diese Fläche färben will, markiere ich alle Linien, gehe hier links auf mein Füllworkzeug und fülle die Ebene. Falls bei euch das Werkzeug nicht auf der linken Seite ist, müsst ihr auf Ansicht Werkzeuge anpassen und dann könnt ihr hier euer Werkzeug links in die Werkzeugleiste ziehen und wenn ihr fertig seid, wieder auf Ansicht und Werkzeuge anpassen, um das Fenster zu schließen. Dann als drittes gibt es jetzt die Möglichkeit Bilder perspektivisch zu verzerren. Dazu einfach Bild markieren, dann müsst ihr hier links in die Pixel Persona, dann auf Ebene, neue Live-Filter-Ebene und dann Perspektive und dann können wir das Bild einfach perspektivisch verzerren. Und dann als letztes gibt es hier noch bei Artboards die Möglichkeit den Artboard-Namen leichter zu ändern. Früher musste man das hier rechts machen mit Doppelklick, dann den Namen ändern. Jetzt gibt es allerdings die Möglichkeit hier direkt auf Artboard 1 zu klicken, Doppelklick und dann den Namen zu ändern. Das war's, danke fürs Zusehen und Tschüss.